Na, Band? Ich bin Birgit Schrowange. Nein, war nur ein Scherz. Schalten Sie bitte nicht ab. Hier kommt jetzt TV Total und wir haben ein sensationell neues von Dieter Bürgi. Es gibt ein neues Bürgi-Video. Wir haben einen neuen Song von den Oela Paloma-Jungs. Und das hier ist ein Mikrofon. Und das alles gibt es jetzt. Und sensationelle neue Nominierte. Ihr Hadi Krüger. Und hier ist Ihr Gastgeber, TV Total. Danke schön. Herzlich. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zu TV Total, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben heute wieder eine fantastische Ausgabe. Wir haben Neues aus der Welt des Fernsehs, aus dem internationalen Fernsehen, aus Japan in TV Global. Wir haben Neues von Dieter Bürgi. Und wir haben... Und wir haben natürlich einen neuen Song von den Oela Paloma-Boys aus Erfurt. Ja, Sie freuen sich mit Recht. Und ich habe heute Morgen was in der Zeitung gelesen. Und zwar dieser amerikanische Lolita-Superstar auf allen Kanälen, auf Viva, auf MTV. Hit me, baby, one more time. Kennen Sie sicherlich. Habe ich in der Zeitung gelesen. Mit 17 Jahren hat sie sich bereits operativ die Brust vergrößern lassen. Von überhaupt nicht D auf Doppel-D. Und die junge Dame, Britney Spears, hat sich ihre Brust mit 17 Jahren vergrößern lassen. Nur für die Karriere. Meine Damen und Herren, jetzt muss ich persönlich sagen. Ja! 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 Juhu! Ja? Muss ja mal. Aber... 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 Jetzt kommen wir direkt zu einer traurigen Geschichte. Wir haben das erste Mal in der Geschichte von TV Total eine Gegendarstellung zu machen. Wir hatten in der letzten... Wir hatten in der letzten Sendung was behauptet. Und zwar... Und zwar hatten wir behauptet, Dieter Thomas Heck hätte telefoniert. Nein! Dieter Thomas Heck hat sich übrigens auch mit 17 Jahren schon was vergrößern lassen. Die Brille. Und das war aber sowas richtig. Dieter Thomas Heck hatte telefoniert. Aber mit wem? Schauen Sie, das haben wir letzte Sendung gezeigt. Jetzt ist es auf jeden Fall frei. Man ist ja auch so scheu, wenn man irgendwo anruft, nicht? Hallo? Bei mir kostet die Stunde 100 Mark mit Preservativen. Ich mache zart, zart dominant Mittel. Bei zart mache ich vorher Ölmassage, französisches Vorspiel, Verkehr, alles mit Kondom ist klar. Möchten Sie vielleicht eine Eins mit sechs Nullen haben? Das ist natürlich am besten. Außerdem erwarte ich, dass der hier pünktlich erscheint. Ja, das hatten wir letzte Sendung gezeigt. Aber das ist natürlich falsch. Wir sind gerichtlich dazu verpflichtet worden, hier eine Gegendarstellung zu machen. Dieter Thomas Heck hat natürlich nicht mit einer Hohensituierten telefoniert. Wir haben hier jetzt den Beweis, mit wem ihr wirklich telefoniert habt. Bitteschön. Jetzt ist es auf jeden Fall frei. Man ist ja auch so scheu, wenn man irgendwo anruft, nicht? Hallo? Möchten Sie vielleicht eine Eins mit sechs Nullen haben? Hey, Sie Wichser! Ich will Ihnen was sagen. Ich habe einen ziemlich beschissenen Kater, klar? Und ich habe diese dämlichen Rätsel satt. Ja, wiederhören. Das ist die Wahrheit. Lieber Dieter, ich hoffe, wir haben alles richtig gestellt. Nicht, dass du uns nächste Woche wiederkommst. So. Gruß Willis, oder? Großartiger Schauspieler. Wir bleiben auch dabei. Denn Schauspiel-Legende Mola Adebisi hat wieder zugeschlagen. Und zwar dieses Mal auf Sat.1. Er hat da mitgespielt in der Superserie Alpha Team. Und schauen Sie sich bitte das hier an. Kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie sich mit Transplantation aus, Mann? Haben sich schon abgetrennte Gliedmaßen angenäht? Ja, Sie haben mir gehört. Vorsicht, sonst fällt noch was ab, Mann. Sieht aus wie eine aufgeschnittene Schweinehände. Einfach, dass ich es ein bisschen geschafft habe. Und zwar, es sah so echt aus, oder? Es sah so echt aus, dieser Schnitt in der Hand. Aber in Wirklichkeit war es gar kein echter Schnitt. Das ist ja nur Fernsehen. In Wirklichkeit hat sich Mola Adebisi beim Versuch, das Wort Rhetorikprofessor aufzusprechen, in die Hand gebissen. In die eigene Hand. Naja, das kann mal passieren. Aber Mola hat noch einen sensationellen Ausschnitt. Schauen Sie sich das hier an. Wenn Sie sich nochmal so ein Abzeichen machen lassen, ja, dann... Abzeichen? Ja, Abzeichen, Mann. Das ist ein obergeiles Spitzentattoo auf einem kreolischen Superarsch. Bitte? Mola Adebisi, ein kreolischer Superarsch. Ich hätte es besser nicht sagen können, oder? Aber ich habe gestern Abend, gestern Abend habe ich dann eine Wahnsinns-TV-Premiere gesehen. Sie wissen, die Schmuddel-Sexshow Piep hat eine neue Moderatorin. Früher war es Verona Feldbusch, jetzt ist Verena Feldbusch oder so ähnlich. Und natürlich haben die auch einen neuen Vorspann. Ich habe gestern Abend mal für Sie reingeschaut. Schauen Sie mal bitte. So, und jetzt passen Sie auf. Nein, da gibt es nichts zu klatschen, oder? Wir hatten einen Kameramann, der sonst bei uns ist, war dabei. Und er hat uns versichert, schauen Sie mal, das ist Milch. Nicht, was Sie denken, es ist Milch. Ja, gut. Aber da muss ich Sie jetzt fragen, sind nicht alle Moderatoren verrückt geworden? Sind mir nicht alle... Ich habe in den letzten Wochen vermehrt Fernsehen geguckt. Und Sprechen ist eigentlich gar nicht mehr so angesagt. Schauen Sie bitte, welche wahnsinnigen Geräusche die Fernsehmoderatoren im deutschen Fernsehen machen. Hier ein kleiner Zusammenschnitt für Sie. Und dann geht es um die Fernsehmoderatoren im deutschen Fernsehen. Wir haben wieder eine technische Innovation, meine Damen und Herren, sogenannte Hardware, ja, kennen Sie hier Hardware für RTL-Zuschauer, Knöppe, ja, Sie kennen ja meinen Liebling hier, Achsenpimmel, ja, und wir haben uns jetzt freiwillig der FSK angeschlossen, der freiwilligen Selbstkontrolle, ich habe hier unter dem Tisch ein Gerät, Sie wissen das, wenn jemand was sagt, was nicht im Fernsehen gesendet werden soll, dann gibt es immer so ein, ja, kennen Sie, damit Sie verstehen, was ich meine, ich mache es Ihnen mal gerade vor, Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Wort Motherfucker, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, also, so ähnlich, nur mal damit Sie wissen, wie es funktioniert, ja, Das kommt wahrscheinlich heute, heute schon des Öfteren zum Ich habe Fernsehen geguckt, natürlich, wie ich es jede Woche mache und bei RTL in der Sendung von Birgit Pfui, Schrowange, die Sendung heißt übrigens extra, habe ich was entdeckt, sie hat einen Bericht gemacht, natürlich selbst recherchiert, über Politessen und da sieht man, wie die Politessen so Knöllchen schreiben und dann lesen die Politessen Briefe von Autofahren vor und im ersten Moment dachte ich, hey, wo haben die denn meine Fanpost hier? Schauen Sie sich mal bitte das an Alte Drecksau, du verkommene Schlampe, demnächst gibt es was in die Fresse, Sie sind ein Arschloch, halten Sie doch die Schnauze, ich ficke Sie in den Arsch So was möchte ich nicht wieder hören, so was passiert bei unserer ersten Nominierten nicht, denn sie arbeitet bei Sat.1. Und hier ist unsere erste Nominierung Nominiert für den ausgeschlafensten Medienkreis der Welt, Frühstücksfee Andrea Kiebel für das schönste Fernsehlachen am Morgen Und hier ist Andrea Kiebel Und hier ist Andrea Kiebel Andrea Kiebel Wer morgen schon so früh aufsteht, der kennt dich wahrscheinlich ab 6.30 Uhr bis 9 Uhr Ich sag nur halb 6, weil es gucken ja auch viele Zuschauer von RTL zu Ist in Ordnung Wir haben dich nominiert für etwas ganz Spezielles, denn du hast die häufigste und die schönste Lache im deutschen Fernsehen Das ist nett Schauen wir uns das mal gerade an Ja Hier sind die Sagt Schauen Sie dieser Frau beim Lachen zu Unsere Redakteure hier Sehen Sie Töten, töten Wer hängt sich gleich Guck zum Panpanter Ich schwör es dir, ich sag nichts mehr Dann verstehe ich auch, warum ich es höre Arschloch Was war das denn? Woran liegt das, dass du so häufig lachst? Habt ihr zu wenig Material zum Senden? Wir sind ja keine Comedy Show Es ist einfach fröhlich bei uns Früher und um die Uhrzeit, ich stehe früh um drei auf Muss man einfach lachen, um wach zu bleiben Und ich lache ja immer mit Kurt und er kriegt sich ja auch nicht an Ja genau, Kurt Bei dem war ich auch schon mal Kurt ist mein Kollege, genau Als du die Deko umgebaut hast, da hat er sich benommen wie ein Lied Ich war mal da früher, das war fünf Jahre her, ich war jung und ich brauchte das Geld damals Genau 350 Mark gab es damals Best Kannst du dir vorstellen, warum wir Kurt nicht eingeladen haben? Nee Guck mal was genauer hin Ein Scherz Nein, ich finde Kurt Lotz, ne? Theo, wir fahren nach Lotz Genau Kleiner Spaß Du hast aber auch selber mal was auf die Mütze bekommen Ich habe es nämlich gestern Abend gesehen Oh ja Bei Vorsicht Kamera Und er hat mit mir geweint, hat er mir vorhin erzählt Ehrlich, ja Viele Leute glauben, ich sei Können Sie sich Stefan Raab weinend vorstellen? Ich habe geheult Ja Und wir haben das damals im Frühstücksferde schon mitgeschnitten Das war auch live bei Sat.1 auf Sendung Erzähl doch mal kurz die Geschichte Du solltest ein Foto von Thomas Koschwitz zeigen Nee, warte, warte Erst war der Fotograf dein Paparazzo, der ganz schlechte Bilder gemacht hat Und ich schon gedacht habe, hallo, was ist mit dem los Und dann kam während eines Werbebreaks der Früh-CVD, der Frühchef vom Dienst rein Und sagt Kiwi, guck mal was wir noch gefunden haben Und da saß Koschwitz mit zwei Minuten, sag's Im Pool Sagen wir mal professionell im Pool Und er sah so glücklich aus, wie noch nie in seinem Leben Und die Bilder hast du dann gezeigt? Ja Und dann kam aber Thomas Koschwitz Mit den Worten, Kiwi hast du denn den Arsch offen? Ja, genau Du hast meine Karriere zerstört, meine Kinder Ja, da haben wir es nämlich Das schauen wir uns jetzt gerade mal an Schön Pass mal auf, das geht Pass mal auf, Leute, das ist ein Hammer Sag mal, hast du den Arsch offen? Hör mal zu, hallo Hier, das kann ich sagen Also, was machst du hier mit mir? Meine Karriere ist hier jetzt im Ärmel, ja Also das sind gefakte Bilder Ich weiß nicht welches Arschloch da hinten sitzt und dir irgendwelche Scheiße erzählt Was glaubst du, was du mit ihm machen kannst? Sag mal Ich setze mich nicht hin Nein, dann nicht Pass auf Es gab einen Talk Und dieser Mann hat uns Bilder zur Verfügung gestellt Und darüber haben wir berichtet Mehr nicht Das... Woher hast du diese Bildersache, du Drecksack? Pass mal auf, jetzt Jetzt Ich hab hier die Schnauze voll Verdammt nochmal Dieser Sack hier Das ist doch wohl das allerletzte mit dir hier So ein Dreck Machst du mit mir hier nicht Weil die gesamte Keine Irre zu vulniären Blödsack So schlimm ist es doch nicht Oh nein, ich hasse euch Guten Morgen Das ist manchmal gar nicht Mann, ich hab gedacht, das ist ernst Komm mal her Komm mal her Hey Hey Komm mal her Komm mal her Ich muss mich nicht ernst Ich muss mich nicht ernst Ich bin so leid getan Ich muss mich gar nicht immer wieder ansehen Ist scheiße Ja Aber waren wir nicht gut? Aber jetzt bin ich im Abendprogramm damit, oder? Ja Ja, reaktive Oh weia Ich hab echt gemeint Ich hab echt geweint gestern Ja, ich auch Wenn man das nochmal und nochmal sieht Es wird nicht besser davon Ja Aber du bist mittlerweile wieder rehabilitiert Ja Und der Korschwitz war einfach sensationell gut Ja der war einfach wirklich gut Wenn der nicht so gut gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gemerkt Aber der kam rein, der war so sauer Und ja Meine Kinder Andrea Ich hoffe, dass du heute Abend hier viele Sympathie-Punkte bekommst Ja Andrea Käfel meine Damen und Herren Und nach der Werbung Herzlich Willkommen zurück bei TV Total Ähm Achso, wie finden Sie eigentlich das hier? Kennen Sie wahrscheinlich Lief übrigens auch bei extra So Ich hab's Ihnen eben versprochen Ich schaue natürlich nicht nur deutsches, sondern auch ausländisches Fernsehen Und äh Was in Japan abgeht, da machen Sie sich gar keine Vorstellung Schauen Sie sich TV global aus Japan an So Das ist die große Show in Japan Die heißt Abgenippelt Schauen Sie sich das mal gerade an Aber jetzt Jetzt wird's gut Pass auf Ja Oh Aua Aua Jetzt Ja Nochmal gerade In dieser Show müssen die Kandidaten erraten Was für Tiere sich auf ihrer Kopfhaut befinden Auch spannend Und das ist die große japanische Schminkshow Vorher nachher Show Sie müssen sich in der Achterbahn schminken Pass mal auf Ja Dann hier Zweiter Teil Wie heißt dieses Tier? Ist es ein 20 Füßler? Ein 1000 Füßler? Oder ein 30 Füßler? Hier Ja Da wird's Ja Er hat's fast erraten Da Zweiter Teil Vorher nachher Show Ja Dann ist die Show auch schon zu Ende Und jetzt wird's ein bisschen spannender Welches Tier befindet sich jetzt auf der Kopfhaut des Japanes? Na Erraten die beides? Das ist ein Tier mit einem Stachel Ja Jetzt Haben sie gepasst Naja Und das hier Da wird einem Kandidaten Ein rohes Stück Fleisch auf den Kopf gebunden Und ein Leguan auf ihn angesetzt Das ist meine Lieblingsshow Passe mal bitte auf jetzt Achtung Ja Der Feigling Das sind die Regeln Sind die Regeln doch ein bisschen härter als bei der 100.000 Mark Show Mit Recht, wie ich finde Ähm Wir kommen zu unserer zweiten Nominierung, meine Damen und Herren Aus einem Werbespot Ein kleiner Junge mit Recht hier nominiert Hier ist die Nominierungsmatz Nominiert für den Begehrtesten aller Fernsehpreise Rat der Woche Joe Für seinen Oscar-Reifen auftritt Im witzigsten Werbespot der Welt Und hier ist Werbekind Joe Witzig Hi Joe Gefällt's dir hier? Ja Ähm Du bist wie alt genau jetzt? Sechs Sechs Und wir haben dich ja nominiert Weil du in diesem tollen Werbespot mitgespielt hast Den zeigen wir den Leuten nochmal gerade In diesem Werbespot für diese Brillenfirma Schauen Sie mal gerade rein Also, wir brauchen eine Brille für meinen Mann Probieren Sie doch mal diese Und für den Kleinen doch sicherlich auch eine, oder? Nö, wieso? Der braucht doch noch keine Brille Wollen wir spielen? Ja, dafür haben wir Ja Hat das Spaß gemacht? Ja Ja? Du bist, du bist aber nicht wirklich ein Blindfisch Du kannst gut sehen, oder? Ja Ja, das wollen wir auch jetzt mal den Leuten beweisen Nicht, dass du denken, du könntest wirklich nicht sehen Ja? Schau mal hinten auf die, auf die Wand damit Zeigen wir jetzt noch ein paar Bilder Was ist das denn? Stuhl Das ist Stuhl Großartig, oder? Elefant So Und das ist? Elefant Ja, genau Richtig schönes Mikro Elefant Ja So Und was ist das? Weiß ich nicht Was? Wie sieht das denn aus? So ein bisschen Die häckte Schrumpeldei Die häckte Schrumpeldei Die häckte Schrumpeldei Die häckte Schrumpeldei? Ja Die häckte Schrumpeldei? Aber die ist nur noch Strumpelbrei Na, natürlich Ne, das ist, das ist aber eigentlich Rudi Carell Aber der ist so uralt, den muss man nicht kennen Ja Ja Was, was machst du denn am liebsten? Ähm Äh Basketball spielen Basketball spielen Und was willst du später mal werden? Ähm Äh Rennfahrer Rennfahrer willst du werden? Du hast mir ja vorher erzählt, du wolltest Koch werden Hab ich nicht Hast du nicht? Na ja Gut Dann, du kannst aber Du hast mir erzählt Du kannst, hast dir auch einen Stefan Raab Witz ausgedacht Mhm Erzähl doch mal Stefan Raab schmeckt wie Quark Bitte? Stefan Raab schmeckt wie Quark? Na Ja Kennst du das hier? Oh Das ist ein Faultier Wolltest du auch mal auf die Knöpfe drücken? Mhm Ja? Aber auf den darfst du nicht drücken Bitte Was? Bitte Auf den nicht, du darfst alle anderen drücken Was ist? Du darfst auf alle anderen drücken, aber auf den nicht Bitte Dann mach den daneben, okay? Bitte Okay, du drückst da drauf, aber ich halte dir die Augen und die Ohren zu, okay? Nein Was? Die Augen nicht Die Ohren Achsenpinne Wir sind absolut jugendfrei Joe Joe Das war ein super Auftritt, ich wünsche dir viel Glück Du kannst da drüben jetzt Platz nehmen, ne? Und viel Glück, dass du nachher auch den Preis gewinnst hier, ne? Joe, unser Werbe-Kill So, und jetzt meine Damen und Herren, Sie wissen, ich gehe immer dahin, wo es weh tut Ich spiele kleine Ständchen für prominente Menschen, für Verona Feldbusch habe ich schon gemacht Und diesmal habe ich mir gedacht, Frauke Ludovic, die uns bis heute kein Foto geschickt hat Was wir total uncool finden Da bin ich einfach hingegangen und habe gedacht, dann spiele ich hier einfach mal ein Rabigramm Bitteschön So, nicht weit von hier, da vorne um die Ecke, muss Frauke Ludovic sein Wir kennen sie alle, exklusiv Promis, Promis, Promis Und ich habe mal im Interview gelesen, dass angeblich Kevin Costner hat sie gesagt, was von ihr wollte Und auch Mick Jagger soll nicht so ganz ohne gewesen sein Deswegen habe ich mir ein kleines Lied überlegt und hier ist Frauke Ludovic Und ich freue mich, dass sie heute hier ist Ach guck mal, wir sehen uns im Spiegel Ich habe mal im Interview was über dich gelesen, da habe ich ein Lied drüber gemacht Also, der Kevin Costner sagt, er will ins Bett mit dir Und auch Mick Jagger wird bei dir zum blöden Stier Es gab nur einen Promi, der wollte keinen Sex Das war auch besser so, denn das war Kommissarex Heute hauen wir auf die Trauche und wir machen ruhig bis morgen früh Hey, 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 heute hauen wir auf die Trauche So, und? Hat sie gefallen? Ja! 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 Leider Leider hat uns Trauke immer noch kein Foto geschickt für unsere Aktion Mut zur Hässlichkeit Und Das ist aber nicht ganz so tragisch, denn schauen Sie bitte, ich bin immer noch auf Platz 1 Da oben, das da unten ist Hella von Sinnen In der letzten Sendung, neu dazugekommen auf Platz 2, auf Platz 3 Karl Dall, wie er früher aussah Und wir haben ein neues Bild bekommen und zwar von Herbert Feuerstein So sieht Herbert Feuerstein heute aus, schauen Sie mal genau hin Und so sah Herbert Feuerstein früher aus Oh! Großartig, oder? Und wir wollen natürlich weitere hässliche Fotos von Prominenten Und für die nächste Sendung fordere ich einfach schon mal Nina Huger auf, uns ein Foto zu schicken Obwohl ich hab letzte Woche in der Gala schon eine Reihe hässliche von ihr gesehen Aber... Sie schickt uns bestimmt noch ein hässlicheres So, wir kommen nun zu unserem Titelverteidiger von letzter Woche Hier ist die Nominierung Und hier ist der Titelverteidiger Talkshow-Tourist Shaheen Ausgezeichnet für seine voll korrekten Auftritte bei Andreas Türk, Hans Meiser, Birte Karalos und Bärbel Schäfer Und hier ist Shaheen Wow, ganz sportlich! Danke! Was haben die Leute gesagt? Stehen noch mehr Frauen auf dich als vorher jetzt? Das war geil, glaub mir Was ist passiert? Ich kam nach Hauptbahnhof und auf einmal standen alle da Du hast gewonnen! So richtig mit Banner und so? Shaheen, Shaheen Fast so Ja Und mein Lehrer war auch da Der Lehrer war auch da? Ja, die waren auch da Was hat er gesagt? Das hat auch sich gefreut Hat er gesagt, doch versetzt? Ja Zwei Minuten besser gegeben Zwei Minuten besser gegeben, da hat es sich doch gelohnt Wir haben aber noch was, was wir in der letzten Sendung nicht zeigen konnten Was wir auch ganz großartig fanden Du warst bei Türk Ja Bei Andreas, bei meinem Freund Andreas Türk in der Sendung Also nicht mein Freund, also mein Bekal, also ein Kollege Ja Und warst du in der Sendung und du hast davor gegeben, du hättest eine Hundephobie Liebe RTL, Angst, Phobie, Angst Hunde ist für sie das gleiche Du hättest Angst vor Hunden Stimmt dir das wirklich? Es geht Es geht so Es geht Und du hast da den Gegenbeweis angetreten, da mussten dir dann Hunde was vom Bauch lecken Schauen wir uns das mal gerade an Rudi darf essen Oh, wo ist das Feines? Ja, auf Feinelein Oh, erstmal gibt's ein Küsschen Oh, Feines Oh Guck mal, Rudilein, du Leckerli Oh, Feines 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 Jawohl Rudi, du hast den Test bestanden und du auch Wow, das war spannend, oder? Was? Hat's gekitzelt? Hat's gekitzelt? Das war ein geiles Gefühl war das Ja? Ja Ich fand auch, Andreas Türk sah so ein bisschen aus, als wollte die Dinger noch selber da runter Legen Nein Ehrlich gesagt, ich hätte mehr Angst vor Andreas Türk gehabt als vor dem Hund Aber du kannst froh sein, dass du nicht im japanischen Fernsehen gewesen bist, denn da geht das ganz anders zu Schauen sie bitte noch das hier aus Japan Hey! Oh, Yamazaki! Ah! 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 Ja, so geht das in Japan Hast du schon Hast du schon neue Auftritte geplant? In Talkshows? Ich versuch's weiter Versuch's weiter. wer ist das Nächste dran? Ich weiß noch nicht, uns versuchen Ich muss versuchen. Vielleicht bei Bärbel? Ach ne, da warst du schon. Da warst du schon. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht kannst du heute als Erster den Titel verteidigen. Mein Name ist Shaheen. So. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir haben in der letzten Sendung, in der vorletzten, eine Aktion gemacht. Die lautete, die hieß Bürgi-Initiative. Neues von Dieter Bürgi. Er ist leider immer noch nicht in unsere Sendung gekommen. Ich habe es in der letzten Sendung versucht mit einem kleinen Musikvideo und hat darauf leider auch nicht reagiert. Wir wollen Ihnen dieses, bevor wir Ihnen das Neue zeigen, möchten wir Ihnen dieses nochmal zeigen. Im Untergrund sehen Sie den momentanen Spendenstand und die Leute, die uns gespendet haben für unsere Bürgi-Initiative. Hier ist nochmal Bürgi, wo bist du? Bürgi, wo warst du letzte Sendung, als ich dich so gebraucht hab? Hä? Bürgi, wo warst du in meiner letzten Sendung? Du wolltest 20.000 Mark, doch das halte ich für Verständung. Warst du das etwa gut, dass ich alleine da saß? Ich hab nicht so nach viel gesehen, denn ich hatte Lochfraß. Du reparierst wohl lieber Waschmaschinen, schön. Doch Bürgi, bitte, bitte, ich will dich in meiner Sendung sehen. Bürgi, vielleicht magst du mich ja nicht. Doch Bürgi, ich brauche dich. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Bürgi, du warst nie für mich da. Ich hatte böse Lochfraß, ich schwöre, dass es war. Bürgi, du warst nie für mich da. Bürgi, nie warst du für mich da. Bürgi, bitte komm in meiner Sendung. Bürgi, bitte. Ich hab doch so schlimm. Doch Fras, doch Fras, doch Fras, doch Fras, doch Fras, doch Fras. Und es tut so weh. Ja. Bitte, bitte, bitte. Und außerdem muss ich sagen, ich find das total ****, wie ich in meine Sendung komme. Und deswegen, ich hab mir gedacht, wir müssen ein zweites Video machen. Vielleicht kann ich ihn überzeugen. Vielleicht ist es nicht seine Musik, diese neue wilde Musik. Vielleicht hört er lieber so Seventies-Style. Er ist ja so ein bisschen Disco-Typ und so. Er ist aus der Love, Peace and Lochfraß-Generation. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein bisschen Disco käme vielleicht ganz gut. Hier ist, komm vorbei, Bürgi. Das war's. 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 Jahr eingeschlichen. Hier ist das Sofa, da sitzt Verona. So, dann sitzt die hier und da vorne sitzt das Publikum. Normalerweise immer hier, wo jetzt so die Leute rumstehen. Und hier ist das so. Hier wird das Publikum vorher mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht. Hier, Kollege Uibor Appelt. molto rude Wir wollen uns bewerben, wir bauen natürlich nur für die Frau. Nein! Hello! 5 Minuten hinterher noch, lasse den vorbei. 5 Minuten. 5 Minuten. Heino! Da ist Heino Ferch drin. Hier steht, das ist der Beweis. Guten Abend. Ich wollte gerade, ich habe gerade ein Interview mit RTL gemacht. Ach so. Ja, und da ist mir spontan, weil man mich nach Heino Ferch fragte, ein riesen Karlauer eingefallen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Wie gesagt, Ferchnase? The California Dream Man! How are you? I wanna be in your group. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, you have one! 1, 2, 3, 4. Machst mir wie ein Tier und ich liebe dich dafür. Am besten gleich hier, alles packen wir gemeinsam an. Ach ne, noch was! Was? Ja, fällt mir gerade ein. Weil ich meine, du hast ja mitgespielt bei... Ja, ähm, ähm, hm. Mein kleiner, grüner Kaktus steht aus dem Balkon. Holla hi, holla hi, holla um, bo, 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 bo. Was braucht nicht Hosen, Hosen? Was braucht nicht Hosen? Holla hi, schwella hi, holla um! Boah, du hast ja einen Titten. Was gibt's denn da für Lachen? So gut finde ich da für Jonas Welt zu. Und das nächste Mal schau ich mal hinter die Kulissen vom Wort am Sonntag. Bis dann. Habe ich Sie da vereinzelt lachen hören? Ich bin nicht leicht erregbar, das wissen Sie. Und ich gebe gerne meinen Körper her. Aber unter diesen Umständen lasse ich das in Zukunft sein. Gut, ähm, was fällt mir dazu ein? Wollen Sie mal eigentlich den Ausschnitt von meinem letzten Falschumsprung sehen? Ja, ich hoffe ich konnte Sie versöhnen. So, gleich singt für den Sieger des Rab der Woche singen gleich unsere Ölab-Alema-Boys. Und Sie stimmen jetzt ab, wer diesen Preis gewinnt. Hier sind nochmal alle Nominierungen für den heutigen Abend. Und zwar haben wir da als Ersten, als Erste in diesem Falle, Andrea Kiewel vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Als Nummer 2 Werbekit Joe für seinen Auftritt im Brillenspot. Und dann hätten wir unseren Titelverteidiger Shaheen. Und jetzt drücken Sie bitte auf Ihre Geräte, die Nummer 1, 2 oder 3. Machen Sie das ganz zügig, dann dauert es auch nicht so lange, bis die Grafik in den Auftritt. Hey, ich bin sehr gespannt. Hast du schon einen Tipp? Haben wir einen Tipp? Keinen Tipp? Da ist die Grafik schon. Ich seh's. Andrea Kiewel, Joe und Shaheen noch gleich auf. Und ich bin gespannt, wer dieses Mal gewinnt. Es wird spannend. Alle gleich auf. Wow! Joe! 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 Die Leute haben Sie hier entschieden. Das ist dein Preis. Joe, wer ist hier Joe? Joe! Jetzt. Und? Wollst du nicht? Ja. Ja. Aber hier sind ja alle Gewinner. Das ist ja ein Sympathiepreis. Und wir haben noch zwei komische Männer gefunden. Ganz lustige Onkels, die singen jetzt für dich noch ein Lied. Pass mal auf. Hier sind sie. Hallo, liebe Gewinner vom Rat der Woche. Auch wir gratulieren ganz herzlich. Und singen euch das Lied von John Denver. Take me home, country roads. Ü verge켜, das mit den scheinen und viel sozial. Ich bin gut gesperrt. Ich bin He מ sch규nech, die dickeden muss bundle. Und da sind sie im Kris. Wir sind auch nächstes Mal wieder dabei. Und wenn Sie wieder zuschauen wollen, nächsten Montag um 22.15 Uhr. Das war's für heute. Jetzt gleich kommt die Bulli-Parade. Reinschauen. Tschüss, bis nächstes Mal. Yo! Yo! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.